In der letzten Folge Paper Mario 2 war ich pleite, wegen dem Casino, aber das Casino war es auch, das mich gerettet hat. Die ganze Nacht hat die Sonne durchgeschienen und nun habe ich wieder 110 Münzen. Ja, Paper Pirates habe ich mittlerweile richtig drauf, aber in der letzten Folge musste ich wirklich alles auf eine Karte setzen, sonst hätte ich jetzt richtig Probleme gehabt. Wir brauchen nämlich Geld, um das dritte Kapitel erreichen zu können, was heute mein Ziel sein wird. Und Dicht haben wir noch nicht gescannt. Eine Maus, die hier spielt. Schon komisch, wie viele Frauen hier spielen. Frauen brauchen eben ein Gefühl von Sicherheit beim Spielen. Okay. Rohlingen, Westend. Dieser Teil von Rohlingen ist relativ sicher, zumindest im Vergleich zum Rest der Stadt. Ich finde es schön, dass es hier einen Park mit richtigem Springbrunnen gibt. Die Kontrolle über Westend hat übrigens einen Mafia-Boss namens El Palmon. Ihm gehören auch der Item-Shop und das hier gelegene Spiel-Casino. Okay, eigentlich wollte ich Informationen zu der Geistdame erhalten, aber dann halt nicht. Immerhin haben wir ein paar coole Infos zu El Palmon bekommen, um denen es heute auch gehen wird. Aber zuerst, damit der Part nicht zu kurz ist, machen wir noch ein paar Side-Quests. Ein, zwei Aufträge reichen da schon. Ach, es geht um den lokalen Markt? Okay. Das wundert mich ein bisschen, weil wir ja zuletzt Aufträge aus dem ersten Kapitel hatten. Aber vielleicht brauchen sie ja Waren aus Blütenweiler. Dieser Laden gehört meinem Bruder. Eines Tages werde ich meinen eigenen Laden haben. Das klingt so, als wenn er gar nicht gerne hier arbeitet. Willkommen bei Toads und Coopers. Oh, du hast den Auftrag übernommen? Ja, wir haben ein Problem mit der Beschaffung von Hartpanzern. Wenn du uns fünf davon bringen könntest, egal woher. Also, bitte bring uns fünf Hartpanzer. Ja, Frage beantwortet. Die gibt's in Blütenweiler. Zwar muss ich zugeben, dass es nicht besonders von Vorteil ist, diese Quests außerhalb Rohlingens jetzt schon zu machen. Weil, naja, ohne zu spoilern. Es wird noch eine Möglichkeit geben, bestimmte Städte oder Ortschaften generell ein wenig schneller zu erreichen, als momentan möglich. Trotzdem habe ich da jetzt Bock drauf. Und wir haben sogar gerade einen Pilz geschenkt bekommen für die fünf Punkte, die wir jetzt, ne, für die zehn Punkte, die wir bekommen haben, weil wir zehn Items gekauft haben. Diesen Pilz werde ich allerdings gleich mal einlagern. Schon allein deshalb, weil ich keinen Platz mehr für den fünften Panzer ansonsten hätte. Genau genommen ist es ja auch mein Problem. Schließlich gehe ich den Umweg. Für euch schneide ich's, ja. Aber ja, ich will den Paten ein bisschen mehr ausfüllen. Oh, du hast die Hartpanzer? Ja, klar. Danke. 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 Jetzt sind's fünf. Vielen Dank. Nimm dies hier als Belohnung für deine Dienste. Ui. Ein Ultrapilz. Danke nochmals. Du hast uns wirklich geholfen. Auftrag erledigt. Ja, sehr schön. Der Ultrapilz ist, wie gesagt, top. Also eines der besten Highlight-Items, das existiert. Aber für den derzeitigen Zeitpunkt viel zu OP. Daher lagern wir den ein und nehmen den nächsten Auftrag an. Das könnte lustig werden. Bubuma. Lebenspilz. Da ich doch nicht mehr die Jüngste bin, möchte ich für den Notfall einen Lebenspilz. Wenn das mal so einfach wäre, oder? Es besteht kein Grund zur Eile, aber ich will für alles gewappnet sein. Du findest mich im großen Baum im Wunderwald. Loil. Ich hab eh zwei, also schenken wir ihr einen. Oh, Caprio. Du kommst, weil du meinen weißen Rad brauchst. Oder bringst du mir etwa ein Lebenspilz? Tatsächlich zweiteres. Oh, wirklich? Ein Lebenspilz? Der kommt gerade noch rechtzeitig. Es geht mir gleich besser, wenn ich diesen Pilz habe. Bestimmt werde ich steinalt. Ich danke dir, Caprio. Hier deine Belohnung. 60 Münzen. Okay. Dankeschön. Eigentlich wollte ich echt nur ein, zwei machen, aber es sind jetzt eh nur noch zwei, bis wir alle geschafft haben, die es derzeit gibt. Also, komm. Tag der offenen Tür in der Spielhalle. Nein, nicht schon wieder. Wer diesen Auftrag übernimmt, erhält von dem süßen Boohoo Blinky einen ganz geheimen, ganz besonderen Service. Okay. Ich glaube, das gefällt mir. Ich erwarte dich in der Spielhalle in Wessent. Ciao. Ja, Mann. Den Auftrag übernehmen wir sofort. Blinky ist ja auch so ein köstlicher Name. Bin gespannt. Sei willkommen. Oh. Du hast meinen Auftrag übernommen. Ich freue mich so. Bitte schön. Und hier ist mein besonderer Service für dich. Hm? Verrate es niemandem. Aber was ist denn? Freust du dich gar nicht? Äh, ich habe was anderes erwartet. Und dass du mir Münzen gibst, soll mich schon wieder zum Spielen verleiten. Das ist überhaupt nicht gut. Marius, nein. Naja, egal. Das hier ist eine Spielhalle. Ein Ort des Vergnügens. Ja, eben. Vergnüge dich also und ja, viel Glück im Spiel. Als ob sie einem einfach Münzen schenkt. Mann! Wenn ich das im letzten Part gewusst hätte! Das darf... Nein, das darf ich machen. Das Spiel hat mich anders hops genommen. Nichtsdestotrotz wirkte sie trotzdem ein bisschen scharf auf mich. Nach dem Part ist wieder was los. Jetzt erst mal zu T-Bär. Was wahrscheinlich Teddybär heißen soll. Hilf Papa! Hilf meinem Papa! Ich warte in den Katakomben am Eingang zum Duell-Kerker. Oh, das ist der Shit. Nö. Das machen wir noch nicht. Stattdessen gehen wir jetzt zu Molluski. Da hat uns ja ein Bluff in Westend den Tipp gegeben, dass hier im Osten ein, ja, Molluski leben soll. Der wohl Kontakte zur Mafia hat. Und naja, ist euch hier schon mal was aufgefallen? Seht ihr die Fußspuren da? Mhm. Da hinten ist tatsächlich noch ein geheimer Bereich. Das ist voll cool. Wenn man das zum ersten Mal spielt, dann sieht man das vielleicht nicht direkt. Aber man bekommt ja den Tipp, dass hier im Osten eine besondere Person zu finden ist. Nur man findet sie eben nicht. Bis man diesen Spalt entdeckt. Wer ich bin? Ich bin Pierre, der kleine Dieb. Früher war ich Geologe in den Katakomben. Aber davon konnte ich nicht mehr leben. Ja, dann wird man Dieb oder was? Molluski hat mich dann unter seine Fittiche genommen. Ich habe meine Laufbahn als Geologe aufgegeben und bin nun selbstständiger Dieb. Hehe. Toller Karrieresprung findest du nicht? Nein. Absolut nicht. Ich hoffe, du bist noch zu retten. Das ist Pierre die Maus. Er wirkt immer so, als hätte er nichts zu tun. Aber er gibt sich wirklich Mühe, Molluski zu beeindrucken. Der arme Kerl. Hier ist noch ein Sternenschmitter. Und hier ist dieser Molluski. So wie seine Bande. Oh, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich da die Äxte und die Säbel an der Wand sehe. Hey, was machst du denn hier? Äh, ich wollte nur Hallo sagen. Luranzo, der Wächter. Er ist mit Lanzo verwandt. Er sieht zwar gefährlich aus, aber in Wirklichkeit ist er ein offenherziger Mensch. Wann soll die Menschen eben nicht... Äh, im Moment, das haben wir doch schon mal gehört. Okay. Der streudert wohl ab und zu auch da vorne rum. Aber mit dem haben wir auf jeden Fall schon mal gesprochen. Wie kannst du mich nur so von der Seite anquatschen? Von Typen wie dir besiegt zu werden, tut euch doppelt weh. Aha, da ist er ja. Das ist Lanzo, der Wächter. Er ist ein Opfer. Und du? Das ist Molluski. Er ist der Boss in diesem Viertel. Alperl, Moron und er können sich gegenseitig nicht leiden. Eigentlich, klar. Jeder ist scharf auf das Gebiet des Konkurrenten. Er achtet sehr auf sein Geld, aber ansonsten kann man mit ihm reden. Manche Leute sind eben bessere Menschen, als man auf den ersten Blick denkt. So? Oh, was soll das? Du kannst doch nicht einfach in das Versteck des Gangsters Molluski einreden. Was hast du hier überhaupt zu suchen? Was? Du willst wissen, wie man zu diesem Schurkenerl-Palmone kommt? Wegen diesem Kürl bringen anständige Räuber wie wir es nicht zu irgendwas. Kapierst du das? Sogar von uns verlangt dieser Alperl-Palmone genanlos Schutzgeld. Und du willst wissen, wie man einen solchen Typen treffen kann? Na gut. Das kostet dich 64 Münzen. Kein einziger weniger. Geheime Informationen sind eine teure Angelegenheit. Oh Gott. Habe ich überhaupt noch 64 Münzen? Komm. Wir können doch bestimmt noch runterhandeln, oder? Was soll das? Willst du jetzt plötzlich nicht mehr? Na gut. Es soll mir recht sein. Du wirst schon wiederkommen, wenn du etwas willst. Hahaha. Okay. Ich habe genug Geld. Naja gut. Was soll's. Na was jetzt? Willst du denn doch die Information haben, hä? Das kostet dich immer noch 64 Münzen. Hahaha. Bist du dir sicher? Hm. Ja, ich muss ja. Na gut. Die 64 Münzen hast du hier brav bezahlt. Nach anfänglichem Geweine. Hahaha. Also hör gut zu. Alperl-Palmone betreibt im Wessel deine Spielhalle. Kauf in dem Laden daneben einen Trockenpilz und einen Schwirrwack. Achte auf die Reihenfolge. Kauf erst den Trockenpilz und dann den Schwirrwack. Dann fragt dich der Ladenbesitzer nach deiner Lieblingsfarbe. Antworte, gell? Das ist das Passwort, mit dem du in das Büro von Alperl-Palmone kommst. Alles klar? Mhm. Naja gut. Haben wir wenigstens einen guten Deal gemacht. Und auch das finde ich halt so geil in dem Game, ey. Es ist so viel Liebe zum Detail. Es sind so coole Charaktere. Es gibt einfach mal zwei ja, Bosse. Der eine regiert im Osten, der andere im Westen. Was zur Hölle? Mal wieder eine Mail. die von Kupil? Hä? Gefunden! Kupio, du hast mich zwar gefunden, aber jetzt bin ich an einem Ort namens Kristallpalast. Moment, ist das nicht... Ist das nicht eine Paper Mario 1-Referenz? Siebtes Kapitel? Es ist zwar etwas kalt, aber man kann sich hier wirklich gut verstecken. Gefunden werden will ich nicht, aber irgendwer muss doch sehen, wie gut ich mich verstecken kann. So stelle ich mir das vor. Also, wenn du kannst, dann finde den unsichtbaren Kooper in seinem Versteck. Kupil! Ey, das ist ziemlich sicher ne... ne Ester Egg. Ne Referenz an einen Vorgänger. Geil. Genau das meine ich. Es ist so viel Liebe zum Detail. Unglaublich. Wie konnte Paper Mario nach diesem Titel nur so dermaßen abstürzen? Naja gut. Alle Hoffnungen ruhen in dem neuen Teil von Nintendo Switch. Wir werden sehen, was da rauskommt. By the way, ist nicht wieder ein neuer Tag? Das bedeutet, ich habe eine neue Chance, oder? Boah, ich könnte mir für 100 Münzen ein neues loszulegen. Dann hätte ich nämlich andere Ziffern. Und ja, es ist jetzt tatsächlich was anderes, aber immer noch nicht gewonnen. Erneut bekommen wir einen Pilz. Naja gut, besser als gar nichts, nicht wahr? So, es war vom Laden nebenan die Rede. Das ist der hier. Auch im Westen gibt es einen Itemladen. Und zu der Dame hier habe ich eine kleine Anekdote. Allerdings nicht nur zu ihr, sondern all diese Geister mit den Katzenohren. Die in der Spielhalle hat ja die auch gehabt. Nur da hat es man nicht so genau gesehen, deswegen spreche ich es jetzt an. Denn im japanischen Original haben sie Hasenohren, die recht eindeutig an das Outfit eines Playmates aus dem Playboy oder der Playboy Mansion angelehnt ist. Das hat man natürlich in der europäischen und US-amerikanischen Version gefixt und durch Katzenohren ausgetauscht. Was allerdings immer noch sehr erotisch ist. Nur hat es jetzt eben nichts mehr mit dem Playboy zu tun. Das ist so geil. Wie viel in diesem Spiel einfach auch zensiert wurde. Das ist so geil. Okay. Also wir sollen einen Trockenpilz kaufen. Gefolgt von einem Schwirrwarr. Hier gibt es sogar Lebenspilz. Siehst du, den kann man hier sogar kaufen für 50 Münzen. Krass, Alter. Dann der Schwirrwarr. Und? Ähm, welche Farbe hat eigentlich dein Bart? Moment, ich dachte, es geht um die Lieblingsfarbe. Trotzdem gelb. Oh, das war die falsche Frage. Also nochmal. Welches ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Lol, kleiner Troll von ihr. Trotzdem gelb. Hm, das Passwort stimmt. Dann bist du wohl ein Bekannter von Elf & Moan. Ich glaube, die haben es allein schon deswegen zensiert, weil die nicht wollten, dass, äh, Haki Hefner oder irgendjemand anderes aus der Playboy Mansion oder dem Konzern generell als Mafia-Boss verglichen wird. Ich habe die Tür für dich geöffnet. Bitte schön. Das ist so nice. War hier noch was? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee. Okay. Na gut, äh, dann sagen wir mal Hallo. Der wird bestimmt ganz freundlich sein, Kappa. Bitte, er schießt uns nicht. Das ist Faustelli, einer der Schläger der Palmon-Familie. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Er und sein Partner Schlagani sind fast wie Brüder. Sie haben Respekt vor ihrem Boss und führen jeden Befehl ohne Zögern sofort aus. Jeden? Äh, du bist im Büro der Palmon-Familie. Alter Zeit gefälligst ein wenig Respekt, verstanden? Das müssten auch die beiden Palmas sein, die wir im ersten Part gesehen haben, als sie die beiden Vögel abtransportiert haben oder sich zumindest mit denen gestritten hatten. Das zeigt auch nochmal diese Bandenkriminalität zwischen Westen und Osten. Das ist so viel Liebe zum Teil. I like that. Das ist Stulagani, einer der Schläger der Palmon-Familie. Er und sein Partner von Selle sind fast wie Brüder. Auch gefährliche Aufträge führen die beiden präzise und furchtlos aus. Bestünde! Hast du nichts zu suchen! Ja, stimmt, aber... Was willst du? Ich hab schlechte Laune! Ein falsches Wort und du kannst was erleben! Was? Du willst ein Flugticket! Ganz schön bütig! Ausgerechnet da dauert Palmon mit seinen La Palie zu belästigen! Du bladdest den Boss? Du schmeißt dich hoch gerade raus! Ey, du! Willst du den Tracht Prügel? Moment noch, Jungs! Du scheinst Motec zu sein! Ich werde mir anhören, was du zu sagen hast. Den Tracht Prügel kannst du dann auch immer noch kriegen. Also, wozu brauchst du das Flugticket, hä? Willst du eine Steueroase fliegen? Nein? Gut, das war mein Plan. Hä! Ähm! Du willst eine Frau befreien, die entführt wurde? Von den Alten gibt's auch genug. Aber gut, wie du meinst. Moment, du musst doch für Sternenwillen suchen. Hä, Sternenwillen? Sind das etwa die, die in dieser Legende vom Schatz so vorkommen? Ah, sehr originell. Diese Pappnasen glauben wohl an diese Lügenmärchen. Aber sicher, den Schatz gibt's wirklich. Ob's, diesen Schatz gibt er noch nicht. Das ist mir völlig gleichgültig. Aber es rührt mich, dass du die Frau, die du liebst, retten wirst. Ich hatte zwar selber 50 Frauen, aber... Naja, muss ja nicht jeder so wählerisch sein und kurzlebig. Haha! Man lebt nur einmal, you know? Ähm, also gut. Wenn du machst, was ich dir sage, bekommst du dein Flugticket. Irgendwie Scheidungen waren alle eine Katastrophe. Äh, und das wäre? Ganz einfach. Also meine Tochter ist mit meinem besten Mann durchgebrannt. So ein Kopfgeldjäger. Er wird auch von der CIA gejagt, aber das ist was anderes. Sie sind gerade erst weg. Sie müssen also noch ganz in der Nähe sein. Suche meine Tochter Paul Miene und diesen Nichtsnutz-Romanso und bring sie her. Wenn sie nicht mitkommen wollen, reicht es auch, wenn du mir sagst, wo sie sind. Ich werde sie dann zurückholen, so wie der Scheich aus Dubai es getan hat. Haha! Und den Rest werde ich... Ja, werde ich mich dann schon drum kümmern, ja? Hey, Boss! Der, äh... kann doch nicht mal eine Kokosnuss von einer anderen zu unterscheiden. Und den willst du mit sowas Wichtigem betrauen? Genau! Du solltest es uns überlassen, deine Tochter zu finden. Fresse! Ich muss diesen Fremden nur deshalb fragen, weil ihr nur zu blöd seid, sie zu finden. Kuraz! Also, haltet euch gefälligst aus meinen Entscheidungen raus! Entschuldigung, Boss, hätten wir wohl besser die Fresse gehalten. Schön, wenn ihr das auch mal kapiert. So sieht's aus. Also, findet die beiden. Und so sehen sie übrigens aus. Also, verstanden, wenn du sie nicht findest, kannst du was erleben? Ja, ist okay. Alles klar. Und dann kann man ihn nicht scannen? Doch. Das ist El Pelmon, der Boss der Pelmon-Familie, ein imposanter Mensch. Und er ist gefürchtet. Wer ihn kennt, nennt ihn nur den Padron. Padrone? Wie auch immer. Palmina, seine einzige Tochter, noch Jungfrau, wirkt allerdings ein wenig verweichlicht. Verweichlicht? Gut. Offensichtlich hat sie aber den passenden Mann. Wenn's der beste Mann aus den Schergen ist, dann kann der was. Und das ist übrigens Zwinky. Sie arbeitet im Westend-Shop. Ein süßes Buhu, oder? Ja. Das Buhu-Mädchen im Casino ist übrigens ihre Schwester. Gute Gene. Ähm, aber zurück zu der Liebesgeschichte. Die beiden sind durchgebrannt. Und wir haben jetzt den Auftrag, sie aufzuhalten. Irgendwie tut mir das im Herzen weh. Euch auch. Aber der legendäre Schatz. Die Sternjuwelen und nicht zuletzt Prinzessin Peach gehen vor. Es handelt eben jeder im eigenen Interesse. Und wo wir sie finden? Hier am Hafen. Sie warten auf das rettende Boot, das sie hinfort trägt. Palmina, die Tochter von Alpermone. Ein wirklich couragiertes Mädchen. Wenn sie lieben, sind Frauen eben sehr leidenschaftlich und direkt. Ja. Ob ich mir in ihr wohl ein Beispiel nehmen sollte? Ja. Romanzo, Palminas Geliebter. Offensichtlich der designierte Nachfolger von Alpermone. Also wird er der Boss, wenn Alpermone in den Ruhestand geht. Auf mich wirkt er ein wenig kraftlos. Oder liegt das daran, dass das so verknallt ist? Irgendwie ein Ehrenmann, oder? Na nun? Kann ich dir irgendwie helfen? Was? Papa schickt dich uns zurückzuholen? Was sollen wir tun, Romanzo? Papa hat uns entdeckt. Nur einen Moment später und das Schiff wäre da gewesen. Ach, Palminas. Vielleicht sollten wir doch nochmal mit dem Boss reden. Auf keinen Fall, Romanzo. Du weißt genau, was dann mit uns geschieht. Wenn wir ihm alles erklären, wird er uns sicher verstehen, Palminas. Romanzo, soll das heißen, du liebst mich gar nicht wirklich? Natürlich lieb ich dich. Mehr als alles andere auf der Welt. Naja, wobei, der Posten als... Ja doch, schon. dann lass uns fliehen, wenn es sein muss bis ans Ende dieser Welt. Aber Palminas, wir sind entdeckt worden. Flucht ist nicht mehr möglich. Natürlich können wir. Echte Liebe überwindet jedes Hindernis. Meine Liebe ist grenzenlos. Niemand wird mich daran hindern, deine Frau zu werden. Und du, ich bitte dich, wirst du meinem Vater sagen, du hast uns nicht gefunden? damn, Bro. Okay. Wenn er es nicht erfährt, vielleicht gibt es trotzdem das Flugticket. Ich meine, wir haben ja trotzdem für ihn gearbeitet. Ich kann sie nicht verpfeifen, die beiden sind viel zu süß. Oh, vielen Dank. Du bist ein echter Kavalier. Aber was nun? Ich weiß nicht, was das Richtige ist. Und jetzt, Mario, wir sollten zu Alpermaun gehen und ihm berichten. Ich mach mir nur Sorgen. Was ist, wenn er uns dann doch bestrafen will? Da bist du ja. Wie sieht es aus, hm? Du weißt, wo sich die beiden aufhalten, oder? Nein! Was? Du weißt immer noch nicht, wo sie sind? Und da magst du, um zurückzukommen? Willst du mich zum Nürnholz oder was? Für diese Freiheit bekommst du deinen Lohn. Warte, Papa! Palmina! Boss, verzeih mir. Romanzo! Du wagst es noch, mir unter die Augen zu treten? Romanzo, man wendet sich nicht gegen Familie. Bitte tu ihm nichts. Ich habe ihn dazu überredet, zu fliehen. Und er war es auch, der unbedingt zurückkommen und mit dir reden wollte. Boss, mit mir kannst du machen, was du willst. Aber hab Nachsicht mit deiner Tochter. Papa, es ist alles meine Schuld. Wenn du unbedingt jemanden bestrafen willst, dann mich. Boss, ich habe das alles zu verantworten. Bitte bring mich um. Papa! Boss! Hört auf damit! Paul, es ist eine Schande, eine Tochter wie dich zu haben, du Bitch! Und du, Romanzo, das ist alles der Dank dafür, dass ich dich wie einen Sohn behandelt habe, du Schlappschwanz. Du hast mich zutiefst enttäuscht. Papa! Boss! Vielleicht beide die wiedersehen! Es wird uns mal im Blickfeld, bevor ich euch noch beseitigen lasse. Das wollt ihr doch sowieso, oder? Ihr habt schon richtig gehört. Von mir aus könnt ihr heiraten oder was auch immer. Papa! Papa, nein, Boss! Danke, Papa. Danke, dass du uns was gestattest. Boss, ich mache deine Tochter glücklich und ehrenhaft. Versprochen. Haut schon ab! Palmina, alles Gute für euch beide, ne? Ey, Romanzo, Glückwunsch, echt. Es geht doch nichts über ein Happy End. Auf Wiedersehen, Papa. Vielen Dank, danke. Okay. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Mafia-Edition oder was da los? Ja, ähm, ich störe ungern, aber ich, äh, da kommt da noch was, ne? Du bist ja immer noch da. Ach so. Ja, zumindest hast du sie gefunden und hergebracht. Ist ja nicht deine Schuld, dass es so enden musste. Und ein Versprechen ist nur mal ein Versprechen. Da hast du dein Flugticket. Yay! Bordkarte für das Luftschiff nach Falknheim. Verdammt, wie sie den angehimmelt hat. Hätte ich doch lieber gar nicht erst beauftragt. Ja, wirklich, da sag ich danke. Jedenfalls, will ich dein blödes Facetchen nicht mehr sehen. Werde Pies nicht für immer. Okay. Naja, immerhin hat er uns nicht umgebracht und, naja, irgendwie verstehe ich ihn ja auch. Er will halt seine Tochter nicht verlieren. Es steckt also doch ein weicher Kern in ihm. Geschafft, Mario. Damit kommen wir nach Falknheim. So ist es, Gumbrina. In der nächsten Folge startet das... Genau, machen wir mein Outro kaputt. Scheiß Mail. Digga, was ist das? Kupador. Alles klar? Mario, Kupio, bei euch so weit alles klar? Schon praktisch, diese Geräte, mit denen man jetzt Briefe verschicken kann. Ich hole Wasser am Brunnen, pflücke Blumen und poliere meinen Panzer. Das Leben, das ich früher so öde fand, ist doch nicht so schlecht, wie ich immer dachte. Kupio, du wirst dieses Dorf bestimmt auch mögen, wenn du von deiner Reise zurückkehrst. Wohin geht eure Reise als nächstes? Kupio, sieh dir die Welt an und werde ein reifer Kooper. Ich freue mich schon, dich bald wiederzusehen. Kupador. Na, schön. Haben wir das auch abgehakt. Ihm geht's gut, dem Vater von Kupio. Perfekt. Also, in der nächsten Folge startet eines der beliebtesten, vielleicht sogar das beste Kapitel des Spiels. Auf keinen Fall verpassen und like da lassen oder der Mafia-Boss lässt euch abholen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.